Schöne, dass du dabei bist, wir sind hier LS19 auf der Nordfischmarsch So, jetzt sollte das besser werden, hoff ich dir nicht So, Fälsch 15 hat so einen Weg fertig gemacht Wir haben eine Dose-Liebende-Pack Das war die Dose-Liebende-Pack Wir werden die Dose-Liebende-Pack Das ist ein bisschen sehr nirgendwo. Jetzt müssen wir halt ein glas mehr ersten Mal. Das fällt schaumreich mal so aus wie unsere weitere Sachen sind. wo wir noch mal ein bisschen ausgleichen müssen da fällt vier zern ja Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt in der letzten Zeit noch machen wollten. Hätte ich ehrlich gesagt. Ich könnte eigentlich mal so... Ich muss schauen, wir wollten gucken, dass da was rein kommt. So, wir gucken mal nochmal, dass es da geht. Okay, das ist ein guter Klassiker. Okay, das ist ein guter Klassiker. So, dann hören wir hier Pfennig. Wo wir den direkt hier stehen haben. Wie sieht das generell bei uns auf den Feldern aus? Wollen wir gleich mal schauen, was wir machen können. Den wir schon mal ansetzen. Fällt die Frage, was bauen wir jetzt hier an? Sollte auf jeden Fall was sein, wo wir hier... Pappeln? Ne, Pappeln hatten wir schon angebaut. Lass uns hier auch nochmal Pappeln anbauen. ... ... Das ist die Wunderlosbinde. Das ist die Wunderlosbinde. Das war ein bisschen Schammer. So, ich gebe dir noch ein paar Worte. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's. Das war's. Und auch hinten geht die zweite Dümmelstupe drauf. Aber hier wird gerade gedüngt. Feld 19 und 21, aber nur die erste Dümmelstupe. Das war's. 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 Das ist ein schönes Wettbewerb. Das war's. 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 Das war's.